Und wir bleiben in Vorarlberg. Im westlichsten Bundesland wurden mit Stand Anfang Mai mehr als zwei Millionen Corona-Tests durchgeführt. Das Landesstudio hat sich zu diesem Anlass noch einmal angesehen, wie zuverlässig die unterschiedlichen Testangebote sind. Fest steht, der Zeitpunkt und die Durchführung spielen eine entscheidende Rolle. Covid-Testdaten, um dem Virus auf die Spur zu kommen, gibt es mittlerweile viele. Die schnellste Methode, eine Infektion nachzuweisen, ist der Antigen-Schnelltest. Dafür wird ein Abstrich aus dem Nasen- oder Rachenraum entnommen. Es kann aber auch gegurgelt und gespuckt werden. Die verschiedenen Antigen-Schnelltests sind leicht durchzuführen und das Ergebnis liegt meist innerhalb von 20 Minuten vor. Entscheidend für die Treffsicherheit ist der Zeitpunkt des Einsatzes. Wenn durch den Infektionsverlauf zu wenige Viren vorhanden sind, erkennt der Antigen-Test die Erkrankung nicht immer. Der Antigen-Test, der misst genau oben, der misst das Maximum der Virusload. Aber er misst nicht, wenn RNA noch immer vorhanden ist, langsam runter geht, der Patient noch immer infektiös sein kann, sagt er aber schon negativ. Das ist sozusagen der Schwachpunkt des Antigen-Tests. Ein Antigen-Test kostet wesentlich weniger als ein PCR-Test. Doch der ist dafür das zuverlässigste Verfahren. Diese Methode kann allerdings nur in Speziallaboren angewendet werden und hat eine Wartezeit von ein bis zwei Tagen.